reicherts bis fest ein podcast so lecker wie das leben liebe freunde der gehaltvollen verdauung herzlich willkommen zu einer weiteren folge meines podcasts reicherts bis fest heute erzähle ich euch welche grundzutaten jede küche meiner meinung nach haben sollte und welche grundzutaten ihr natürlich dementsprechend auf jeden fall auch in meiner küche findet ich wünsche euch viel spaß beim zuhören wenn euch das gefällt was wir hier treiben dann abonniert das ganze und erzählt allen millionen menschen auf dieser welt von dem worüber wir hier reden der liebe sven muss das ganze nachher wieder in schönheit zurechtschneiden das wird ihnen weitere haare kosten und viel lebenszeit aber das ist es mir wert und zwar gab es gestern abend bei mir ein knoblauch hähnchen dazu habe ich geschmortes chicory gemüse gemacht mit frischen erbsen und den kleinen drillingen ganz frischen drillingen schön klein geschnitten in butter geschwenkt ein wunderbares essen und deswegen wandern wir gerade mal gedanklich durch meine küche und ich hoffe ich kann euch den ein oder anderen tipp geben auch hier gilt wie bei allem was ich kaufe dass ich nach möglichkeit bioqualität kaufe wenn die sachen verfügbar sind dann gehe ich tatsächlich immer sogar noch den den in die champions league der bioqualität und kaufe demeter das ist für mich ein sehr vertrauenswürdiges label mit dem ich bisher ausschließlich hervorragende erfahrungen gemacht habe also ich sage es jetzt hier öffentlich und das meine ich ganz ernst ich habe noch nichts gekauft wo demeter drauf stand was schlechte produktqualität hatte wird mir wahrscheinlich irgendwann auch mal passieren das wird natürlich auch sachen geben keine ahnung vielleicht auch mit dem mit zutaten zubereitete eintöpfe oder irgendwelche soßen oder was auch immer die vielleicht von der rezeptur her dann nicht schmecken oder von der zubereitung versaut wurden möchte ich gar nicht ausschließen ist mir aber persönlich noch nicht passiert also das vorweg also immer wenn ich sage so mehl oder butter ja geht immer davon aus dass ich da in die entsprechenden bio regale gepackt habe also wir stellen uns meine küche vor und ich stehe jetzt vor meinem herd habe auf der rechten seite meine gewürzschubladen und wenn ich jetzt die obere schublade öffne ist diese gewürzschublade voll mit relativ simplen gewürzen also ich benutze so gut wie nie eine gewürzmischung weil ich der meinung bin dass man sich wirklich wirklich wunderbar leckere sachen unheimlich gut selber machen kann so habe ich zum beispiel einen topf in dieser schublade ein ich glaube topf ist quatsch aber in so einem gewürztöpfchen so ja ein gewürztöpfchen voll mit selbstgemachtem paprika pulver wenn ihr wissen wollt wie man finde ich das mit abstand schmackhafteste paprika pulver der welt selber produziert braucht ihr eigentlich nichts anderes außer schöne reife rote spitzpaprika einen ofen der kein energie monster ist und eine vernünftige um luft funktion hat ihr braucht ein eine menge geduld ein bisschen knoblauch etwas mehr salz und mehr nicht dieses paprika pulver habe ich mir jetzt glaube ich zum noch bestimmt schon sechsten oder siebten mal selber gemacht bei mir mit meinem ofen funktioniert das am besten wenn ich die aufgeschnittene paprika entkernte paprika ähm in dünnen langen streifen auf einem rost ausbreite ähm den ofen dann auf 50 grad stelle bei 60 grad passiert tatsächlich ähm durch die ähm 10 grad die es mehr in umluft hat das sind dann etwa 70 75 grad die auf das produkt kommen ähm passieren schon so röst vorgänge das schwierig zu beschreiben also wahrscheinlich schimpfen jetzt äh physiker mit mir weil ich den begriff rösten äh benutze aber ähm das produkt die paprika wird dunkler wird ähm auch im im aroma etwas rauchiger und das war mir tatsächlich zu viel des guten deswegen mache ich das auf 50 grad 50 vielleicht 55 grad wenn ich ein bisschen ungeduldig bin bereite das ganze da aus und lasse das zwölf bis 16 stunden schön im ofen trocknen ähm ob zwölf bis 16 stunden reichen oder nicht äh hängt ganz stark von mehreren faktoren ab wie dick sind diese spitzpaprikas wie viel feuchtigkeit haben die da drin natürlich hängt es auch ein stück weit von von der power eures ofens ab also ist der die wirklich die ganze zeit bei diesen 50 55 grad je nachdem was ihr da einstellt oder verliert der zwischendurch temperatur gerade ältere ofen modelle neigen dazu immer mal zwischendurch dann einfach auf äh 30 grad runter zu gehen und dann wieder hoch zu heizen das sind alles so faktoren deswegen ist das ein totaler richtwert achtet einfach selber drauf ich mache das meistens so dass ich morgens um acht halb neun die sachen kurz aufschneide alles überflüssige rausschabe was ich nicht unbedingt dabei haben will das ist gar nicht so geschmacks entscheidend ob jetzt diese weißen ähm fasern ja die in der paprika ja häufig die einzelnen ähm äh aussparungen so miteinander verbinden ob die drin bleiben oder nicht aber es ist halt wieder etwas was nicht getrocknet werden muss und für den geschmack ist es egal deswegen schneide ich das weg also morgens acht halb neun kommt das in den ofen und wenn ich dann abends nach hause komme dann gucke ich zum ersten mal rein wie trocken die sachen geworden sind und wenn ich ins bett gehe mache ich den ofen aus klappe die ofentür etwas auf sodass die über nacht dann auch noch weiter ausdampfen können und meistens reicht das und ich habe am nächsten morgen knochentrockene paprikastreifen diese streifen sind ziemlich dünn das ist wichtig ähm noch als hinweis ansonsten mache ich damit nichts die werden nicht gesalzen da kommt kein knoblauch zu gar nichts dann nehme ich diese getrockneten paprika und ich sage mal für so ungefähr 50 60 gramm von also wirklich gutes paprikapulver braucht ihr so ja sechs spitzpaprikas ja dann kommen die in meinen geliebten alten thermomix haben wir schon ein paar mal drüber gesprochen der theme 31 ist da immer noch im einsatz dann kommt eine kleine knoblauchzehe dazu dann nehme ich eine frische dann kommt da ein teelöffel gutes meersalz zu und da gibt es ja tausend anbieter ja sucht euch eins aus aber auch da bitte auf die qualität achten und dann wird das ganze püriert in ein pulver verwandelt und das alleine ihr werdet es riechen ihr werdet es lieben ihr werdet es nur noch benutzen wollen das alleine ist schon ein ganz großartiger herstellungsprozess der einfach wahnsinnig viel spaß macht und echt die nase verwöhnt glaubt mir dann kommt das ganze in das glas wird zugemacht und nicht wundern das bleibt pappig also es ist kein fein rieselndes paprika edelsüß von fuchs oder irgendeinem standard hersteller ja das sondern ihr habt da ein selbst gemachtes paprikapulver drin was lange haltbar ist durch knoblauch und salz nochmal zusätzlich konserviert wird und was aber nicht knochenpulvertrocken ist und auch keine rieselhilfe drin hat deswegen das darf pappig sein muss man dann zum teil auch öfter mal mit einem teelöffel zum beispiel da wieder raus kratzen dieses paprikapulver tue ich immer erst am ende des garvorgangs mit ran weil ich festgestellt habe wenn ich das zum beispiel damit jetzt ein hähnchen würzen würde dann verbrennt das manchmal ja im herd im ofen und ich habe noch nicht so ganz verstanden warum das passiert mir mit normalem paprikapulver nicht aber das schmeckt so unfassbar gut das selbstgemachte von mir dass ich denke das ist auch eher eine verfeinerung von jedem gericht als ein ja schnödes werkzeug um irgendwie für mehr dunklen glanz auf eine hähnchen haut zu sorgen ja dafür habe ich auch noch normales paprikapulver so ich werde jetzt nicht über jede einzelne zutat so lange reden aber das ist tatsächlich das erste was euch ins auge springt wenn ihr meine schublade auf macht was habe ich noch da drin ich habe mein lieblings currypulver da drin das ist tatsächlich ein ziemlich günstiges currypulver aus holland was ich in meinen holland urlauben immer wieder kaufe da steht einfach nur curry drauf der ist zwar ist auch ein entsprechendes ökosiegel drauf aber das ist kein hexen zeug sondern einfach saulecker also wenn es euch mal nach zeeland treibt geht da in den jumbo supermarkt in oskapelle ja da findet ihr das so dann habe ich ein zwiebelpulver auch großartig kann man auch ganz tolle sachen mitmachen findet zwiebelpulver salz auf hähnchen hervorragend mehr muss man eigentlich gar nicht würzen ich habe ein für alle fälle knoblauch pulver mit ziemlich grob geriebenem knoblauch nicht selbst gemacht könnte ich eigentlich auch mal machen merke ich gerade wo ich so drüber spreche dann habe ich kümmel drei verschiedene sorten kümmel tatsächlich von drei anbietern schubecks kümmel ist mir der tatsächlich der liebste habe aber diverse andere anbieter ausprobiert und auch ein biokümmel anbieter dabei finde ich sehr lecker ist aber wie soll ich das sagen ich habe das gefühl dass bestimmte sorten anderen nachgeschmack haben bild ich mir vielleicht auch nur ein naja auf jeden fall teste ich auch gerne mal aus dann habe ich fenchelsamen da drin die kann man auch super brauchen um sachen mit einem ganz anderen überraschenden geschmack noch zu ergänzen knoblauch und fenchel zum beispiel großartige kombination nicht zu viel fenchel ganz wenig nur das soll nicht dominieren tolles gewürz dann habe ich diverse zimtstangen da drin die ich immer mal wieder in gerichte einreibe ich habe kurkuma tolles gewürz wenn es nicht unbedingt klassisch nach curry schmecken soll ich finde also kurkuma ist ja einer der hauptbestandteile von curry aber kurkuma ist bringt eine ganz eigene geschmackswelt mit kurkuma ingwer knoblauch oh super lecker dann habe ich was ich super selten benutze aber ich habe es tatsächlich letztens in der hand gehabt habe ich piment und nelken da drin ich habe früher sehr viele braten gemacht und in der familie reichert gehörte immer piment und nelken in braten mit rein aber das benutze ich wirklich nur einmal im jahr habe ich aber da stehen genauso wie wacholderbeeren dann ganz wichtiger ganz wichtiger helfer in in meinem zubereitungs werkzeug ist kartoffelstärke ich kann euch allen nur empfehlen wenn ihr eine soße andicken wollt immer kartoffelstärke im haus zu haben ich finde das ist von der ganzen verarbeitung her super simpel und ganz ganz schnell gemacht wichtig bei kartoffelstärke ist dass ihr die immer nur in kalte flüssigkeit reingeben solltet das heißt man nimmt ein glas leitungswasser packt einen teelöffel kartoffelstärke da rein löst das ganz auf und dann gebt ihr das ganz vorsichtig rührend in die heiße flüssigkeit rein immer erstmal maximal die hälfte dazu tun und ihr werdet überrascht sein was das für eine unheimliche bindekraft hat also wirklich großartig kartoffelstärke gehört finde ich auch in jeden haushalt ist viel besser als mondamin fix soßenbinder oder so ein quatsch als alternative dazu habe ich auf meinem auf meiner arbeitsplatte oben drauf stehen vollmehl quatsch vollmehl vollkornmehl vollmehl habe ja vollmehl stehen das war jetzt eine mischung aus aus vollmilch und vollkornmehl ja also ich habe vollkornmehl da stehen natürlich wieder bio demeter qualität und damit kann man auch jede soße jedes gericht hervorragend andecken es haut euch sofort auch ballaststoffe mit ins gedärm was ja auch wichtig ist und ist auch ein hervorragendes natürliches bindemittel und weit entfernt von schäbiger chemie jetzt kann es übrigens sein dass ich gleich von meiner kleinen tochter gestört werde die nämlich gerade unten bei mir kocht und zwar mit ihrer großen cousine zusammen mal gucken ob jetzt hier die tür aufgeht auf jeden fall höre ich sie draußen rumrumpeln nun sei es drum also es klopft ja bitte es gibt essen ja es gibt essen ich nehme gerade was auf ein podcast aber ohne video das ist nur hier übers mikro was habt ihr denn gekocht jetzt hört mal zu was was habt ihr gekocht äh nudeln nudeln kartoffelpüree oh gott kartoffelpüree braune soße gurken herrlich das klingt nach einem wunderschönen gericht ich komme jetzt gleich runter gib mir mal noch fünf ne fünf minuten papa ich muss um sieben muss ich um acht muss ich mindestens trüben sag mal nicht um halb neun im bett sein ja jetzt ist halb acht gib mir mal fünf minuten und ich mache eben schnell die sendung zu ende spiegelei oder rührei rührei so gut alles klar du gehst jetzt mal runter ich mache ich mache hier die den ersten teil meiner meiner sendung noch zu ende und ähm ja so also habt ihr meine kleine tochter jetzt auch mal gehört äh die hat unten gekocht und sehr exquisite Sachen wie ihr mitbekommen habt ähm aber tatsächlich habe ich die ganz ehrlich gemeinte philosophie dass mir vor allen Dingen wichtig ist dass kiddies früh genug spaß am kochen haben und die sollen vor allen Dingen erstmal mit den Sachen kochen die ihnen spaß machen deswegen habe ich auch eine tüte kartoffelpüree jederzeit griffbereit damit die beste aller töchter ähm sich ihr leckeres kartoffelpüree selber machen kann ne wahr so okay also ihr merkt ich muss gleich zum essen deswegen beende ich diese ähm erste folge meiner zutatenübersicht in wenigen minuten aber was ich euch nicht vorenthalten möchte weil ich glaube das ist wirklich ähm ähm sehr wertvoll eine tolle ergänzung in der küche sind ähm sowohl meine verschiedenen salzsorten die ich da habe also ich habe äh mehrere meersalzsorten da und zwar eine meersalzsorte mit einem ganz groben dreieckigen kristallinen muster und die streue ich unheimlich gerne am ende übers essen und ähm eine andere die die einen äh in rosa flocken daherkommt das sieht auch auf essen am ende als endzubereitungsprodukt ähm ähm oder als endzubereitungsergänzung total super aus und dann habe ich ganz schnödes ähm meersalz natürlich ohne jod ohne streuselhilfe aber was einfach äh bei mir standardmäßig zum kochen dazugehört und last but not least und dann ist es für heute ähm ist ist für heute diese diese erste episode ist dann erstmal vorbei so mein gott ja ich komme ja jetzt gleich ja und dann kriege ich hier böse Blicke zugeworfen ihr merkt äh wie ich äh abgelenkt bin ne aber letzte Zutat ist natürlich guter Pfeffer und da kann ich euch nur den Tipp geben ähm gebt Geld für guten Pfeffer aus holt euch mal Kampot Pfeffer holt euch mal ähm äh wirklichen ähm süßen Pfeffer äh holt euch ähm den den äh ach wie heißt der noch genau ähm das ist ein saurer Pfeffer ich werde das nachschlagen ich hole gleich meine Pfeffersorten wenn ich ja sowieso nach unten muss hole ich zum äh nächsten Podcast den ich direkt danach aufnehmen werde hole ich mal meine Pfeffersorten nach dem Essen natürlich äh hole ich meine Pfeffersorten hoch äh hole ich meine Pfeffersorten hoch merkt ihr dass ich ein bisschen abgelenkt bin weil meine Tochter hier die ganze Zeit flirtet aber nun so sei es naja du flirtest nicht das sagt man doch einfach nur so natürlich flirten wir nicht aber du sorgst mit deinem Charme dafür dass ich jetzt zum Essen komme ich bin ein Charme nee du bist ja auch nicht Charme du hast einen Charme ne so liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung ich werde jetzt äh weiter mit meiner Tochter diskutieren schön dass ihr hier reingehört habt in diesem Sinne danke fürs Zuhören lebt lecker lebt gesund passt auf euch auf tschüss auf Wiedersehen tschüss reichertsbissfest ein Podcast so lecker wie das Leben